Hier stand Mendel. Nein, wir sind also, glaube ich, richtig. Oder sind wir? Nee, gar nicht. Ja, das war der Eingang zum Weg. Das heißt, nur noch hier um die Ecke und dann sind wir schon am Tor. Das ist gut! Da ist das Tor! Ja! Ab in die Altstadt. Hast du ein schönes Gesicht? Da lang geht's, Sony. Da nehmen wir die Tür. Hi, Katharina, hilf mir mal ein bisschen. Wir erbitten einen Kelch eures kostbaren Blutes, um das wir die Tunnel der Nosferatu betreten können, um in die Kathedrale zu gelangen. Ich gebe dir einen Kelch meines Blutes, tapferer Christoph. Möge uns der Segen eines Heiligen mit abwesenden Freunden wappnen. Warum habe ich den Brief von Anis gar nicht mitgenommen? Ähm. Du hast den Kelch aber noch in der Hand, sehe ich das richtig? Sei nicht ungehorsam, Kind. Wie? Ich will diesen fucking... Ach. Ich glaube jetzt einfach so, als hätte ich den. So. Ja. Also, zu der Sache mit dem schönen Gesicht. Also, wenn die Kieferparty da nicht zugehört, könnte das stimmen. Ansonsten. Ich mein, wenn sie da in die Ahnenklasse gehören würde, würde das auch noch funktionieren, behaupte ich jetzt mal. Briefe. Das brauche ich vermutlich auch nicht mehr. Ja. Wege des Abgrunds, Blutgeschicks, Erweckens, Wege des Abgrunds, Bluttheilung, Erwecken, Erwecken. Eine Wege des Abgrunds nehme ich mit, die sollte mich, glaube ich, direkt hierin porten können. Rein theoretisch zumindest. Ah, mach nur ne Lampe. Okay, zurück ins Nordviertel. Wups, wups. Ja. Moment. Wo laufe ich denn hin? Da muss ich doch lang. Okay, 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 hier lang. Dann sollte ich doch hier so bald irgendwo Tor und so. Ah, ich kann die Kalle mehr bringen, ja. Schön. Also, Tor. Lass mich ran, du bist das Falsche. Nein, gar nicht, du bist gar kein Tor. Das ist noch besser. Aber hier war's. Aha. Zur Judithsbrücke natürlich. Das war dieses Tor. Das heißt, wir müssen hier landen. Hm? 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 War das nur eine dunkle Ecke? Ich glaube, ja. Schade, dass die Rattenpopulation sich hier scheinbar nicht regeneriert. Obwohl, wenn man jetzt ein bisschen Viagra in den Kanal kippt, vielleicht... War ein Versuch. So, werden ein Versuch. Ich meine, eine Idee, also... Man könnte es ja mal probieren. Ratten auf Viagra. Hm. Naja, also, ich meine, solange ich zum Blut komme, ist mir eigentlich egal, wie. Josephus, mein Freund, ich komme zu dir und bringe dir den Kelch von einer mit einem halb... ...schönen Gesicht. Besser als nichts. Soll er sich mir zufrieden geben, sonst hau ich nur um. Ich finde zumindest, das klingt nach einer guten Idee. Ah, ihr seid doch noch, ah Gott. Ich dachte schon, ich hätte dich unterwegs verloren. Hallo, Josef! Oh ja! Sehr gut ausgezeichnet! Ihr könnt meine Hallen betreten. Geht hindurch. Doch eine sichere Reise kann ich euch nicht versprechen. Das ist doch doof. So, also eine sichere... Hallo! Was verrat du? Ach ja, trinkst du. Was? Nichts unsichtbar machen hier. Hörst du auf, dich unsichtbar zu machen? Was hängt ich mit... Achso. Herren der Untoten und so, nehm ich doch mal an, ne? Juhu! Direkt wieder ein verbessertes Schild. Ich bin begeistert. So fängt das doch gut an. Kann ich mit dem Sack da auch was machen? Ich scheine ihn nicht anziehen zu können. Okay. Da glitzert was. Und der Sack ist einfach nur da. Ne Kohlratte! Oh, wie süß! Nicht, dass die nur ne Chance hätte, aber es ist schön, dass die da ist. Zur Hölle mit euch! Komm her! Naja, das haben wir erledigt. So viel schönes Zeug! Hi! Ach, schön, XP. Da ist noch einer. Da ist ne Kohlratte. Ja, natürlich. Triggern wir direkt alle drei. Hau zu den jetzt um? Upsi. Na, dich kann ich nicht beißen, das ist doof. Noch irgendwas liegen? Nichts! Ist ja allgemein. Ey, 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 ey! Nicht einfach so vorlaufen. Das ist nicht gut. Ach, Treck. Äh. Okay, hau ich jeden so lang. Oder trinke. Nee, dann noch. Ah, Mensch! Lasst euch doch nicht ihn! Ratte stirbt! Meine Güte, ist das chaotisch hier. Aber da liegt Gold. Naja, Silber. Egal, kommt das Silber aus. Und da ist ein Sarg. Und steht da nur jemand? Sieht nicht so aus. Gut. Okay, hier hängen ein paar rum. Aber das ist ja doch relativ egal. Ein leichtes Helmchen. Kannst du damit was anfangen? Ja, kannst du. Finde ich gut. Alles klar. Da fällt mir ein... Oh, eine Lederrüstung. Sirena, du wirst jetzt mal ein bisschen aufgerüstet. Okay, das läuft doch bisher ganz angenehm. Nehmen wir mit, können wir verkaufen. Oh. Schöne Sache. Ja, ich trinke an einem unsichtbaren Nosferatu. Wie nett. Ich habe gar kein schlechtes Gewissen. Da ist ein Gegner. Hihihihi. Komm, mach die Ratte platt. Ihr seid zu zweit. Ich trinke den jetzt einfach leer. Allein schon, weil er dadurch stürmt. Hihihi. Schöne Sache. Hi. Kann ich den jetzt mal anziehen, wenn Wilhelm nicht... Wilhelm, du stehst da doof. Wo ist eigentlich die Ratte hin? Ratte, Ratte, Ratte? Ist einfach gestorben, ohne was zu hinterlassen. Na ja. Wo ist denn der Typ? Hallo, unsichtbarer. Hallo, unsichtbarer. Ach, da ist er. Na, ich meine gleich nicht mehr, aber hey. Ich habe ja genug Blut im Moment. Heile ich mich mal voll. Und. Schade. Was willst du? Wir sind von uns sehr sterblich. Ich sehe keinen. Nein, 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 nein. Nicht an ihm. Das. Nein. Ich haue nur um. Wenn ihr nicht in der Lage seid, vernünftig zu zielen, müsst ihr dann umhauen. Ist das ätzend manchmal. Und irgendwer steht auf meinem Silber. Oh, das nächste Mal nuckele ich dich ganz leer, Wille. Mein Gott, noch. Kann doch alles nicht wahr sein. So, zack. Du kriegst mal zwei Flashline. Ein Inventar. Nein, ein Lieferwind ist direkt. Und so, ja. Besser ist. Hm. Okay, das war ein Rundlauf. Das ist gut. Das heißt nämlich, an der Gabelung da vorne muss ich links und kann nicht auf dem Rückweg einen Weg vergessen. Also. Ich wollte schon sagen, wie leer. Geht nicht. Will ich nicht. Finde ich nicht gut. Aber hey. Hallo. Komm her. Ausnuckeln. Und jetzt hauen wir ihn um. Das fand ich irgendwie witzig. Oh, ein Schild. Schriftrolle der Blutstärke. Ah ja, ist dasselbe Schild. Kriegst du den jetzt? Oh, gut. Ich muss langsam lernen, wie man Sachen identifiziert. Hallo. Ah, hier geblieben Frühstück. Ja, hier geblieben, Frühstück. Mittagessen. Ja, hallo. Hier fehlt noch Abendbrot. Vollständige Mahlzeit. Da, 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 da. Hai. Hallo. Hallo. Hallo Ratti. Warum zauberst du? War nur ne Ratte. Ne. Zahlt doch mal. Drücken wir den mal. Hi, ihr da. Okay, das reicht. Wir gehen einen Schritt zurück, Leute. Lass die kommen. Die ein oder zwei, die wir jetzt gepullt haben, reichen. Dann können wir uns den anderen gleich in Ruhe vornehmen. Schön. So habe ich mir das vorgestellt. Ein Stilett. 15, 117. 10, 117. Serena, du hast eine neue Waffe.